Ankündigung, Ankündigung, Ankündigung! Endlich habe ich es geschafft! Ich wollte schon immer den Montagswitz um eine Facette bereichern, und zwar Witze aus der Gebärdenwelt. Dank des Diversity Balls geschieht das nun. Im ganzen April gibt's Montagswitze Powered by Diversity Ball. Thomas vom Equalizent, die organisieren den Diversity Ball, wird mich hier unterstützen und für euch Witze gebärden. Ich werde ihm eine Stimme leihen, so damit wir alle was zu lachen haben. Wenn ihr am 29. April zum 10. Diversity Ball mitgehen wollt, dann habe ich hier eine gute Nachricht für euch. Erstens könnt ihr unten in der Beschreibung die Links anschauen und euch Karten checken, oder ihr kommentiert das Video, und ich zieh einen von euch, der dann 2 Karten gewinnt, und mit mir zum Diversity Ball gehen kann. Coole Sache, oder? 29. April Diversity Ball, und jetzt den ganzen April, jeden Montag, Montagswitz Powered by Diversity Ball.